und die Sohn jetzt endlich wieder langersehnt ist jetzt mehr ja ich habe ein wenig gar nichts wenig anständig aber wir haben jetzt morgen und wir machen jetzt etwas Unglaubliches müssen sich noch zu nehmen Nein wir werden immer als erster Kortzen Stabend Stabend bei mir jetzt und folgendes tun wir werden uns jetzt in die Höhlen wagen in die tiefen Schluchten ist nirgendwo also brauchen wir aber noch ein paar Dinge Pola 4 ja und eine Menge Leiter weil ich mach die nur wichtigste Version um erst mal in der Reihe an Material zu kommen und deswegen sind wir auch hier beim Niveau los ist ein Netz Play dass es gibt auch so schlecht ist es so gehört alles zu meinem Bewertungsdurchschnitt von mir selbst was ihr darüber denkt weiß ich nicht schreibt der Meier aber in die kommenden soll ich wirklich so scheiße wenn ja warum frage ich mich das eigentlich um das ist halt ganz schön nicht ganz schön sondern ganz schön ganz schön in der Nähe ich glaube wir sollten mal in der Hand die Schuhe so soll es erst mal in der Nähe die 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 ich schaue und auf normalen Stellen ein das ist ja vielleicht ein bisschen mehr mit demnächst dann ist nämlich ein bisschen Geschwindigkeit dass die Kiste reingehauen wenigstens ein bisschen haben eigentlich macht ihn nicht so wie an der Gleischen werden und ich muss das versuchen in 15 Minuten reinzukriegen wo man es anleihen er wird jetzt sicherlich jeden Moment mich hier anrufen weil ich das einfach war es so ist Ruhig du ich habe mich was ich kann hier oben tun Jodea so ein 3 4 weiter es ist hier nur noch Cola ist hier noch Cola ist das hier noch also auf jeden Fall ist diese Musik zu laut schon besser mhm 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 Hallo Robert Robert ich habe vergessen was ich tun wollte dein Anruf hat mich gerade komplett abgelenkt all mhm 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 mh j mhm 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 mh mhm Oh was? Puh, na dann nicht. Ok, es ist gerade hier Soundprobleme. Irgendwie so. Was in der Art. Ok, aber ihr sollt nicht klagen. Denn wir versuchen jetzt, wie viel Zeit ist schon vergangen? Schon fünf Minuten. Ach ja, die Originaltexturen, wie ich sie liebe. Robert? Immer noch nicht. Keine Anzeigen von ihm. Sein Headset ist im Eimer. Glaube ich. Dann packen wir das jetzt mal hier rein. Sorry Robert, ich kann mich jetzt erstmal nicht ablenken lassen. Ich muss mich jetzt grundzentrieren. Das bisschen Koppel, was wir noch haben, nicht zu vergessen. Ein Schwert, die Fackeln. Eine brauchen wir, wir brauchen das. Wir brauchen noch einmal. Was kann man hier noch wegfeuern? Man kann die Walkbench wegfeuern. Man kann, ich kann aber auch. Ah. Cool. Das Ding. Nein, das brauchen wir verdammt. Ach. Dann haben wir sieben gefekte Kohle. Und machen uns so aus. Sieben mal vier. Ist genauso viel. Fackeln. Dann machen wir uns aus, 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 den überbleibenden. noch zwei Spitzhacken. Ne, ne, nicht. Doch nicht, Mann. Wo du nicht verstehst. Und dann machen wir uns jetzt hier rund ein, unsere Geheimnis von der Hölle. Ich baue das hier erstmal. Deswegen habe ich auch hier noch die wooden Planks mit. Damit uns hier dann nachher, wenn wir mal hier wieder hoch wollen, nix so großartig im Wege steht. Wie gesagt, damit uns hier dann nix stört. So, und wir machen jetzt die Roffelfunktion. Hier der Wert Y ist auf 69. Und dann Wert Y wir uns mal runter. Bis wir auf Wert Nummer 12 sind. Nutzendemlich die meisten Diamanten und alles sowas. Aha. Ein Fall für Scharri die Schaufel. Scharri die Schaufel. Ich bin auch getrunken. Bestimmt, das wird es sein. Ah. Spitz sie die Spitzhacke? Aha. Es geht los. Die Saison ist eröffnet. Kohle Kohle Kohle, Kohle 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 Kohle. Kohle 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 Kohle. Kohle Kohle. Kohle Kohle Tralalala. Kohle Kohle Tschalala. Kohle Kohle Schukil. Kohle Kohle. mal also kohletechnisch gesehen sie mehr nicht umschissen und Robert hat aufgelegt auch ein echtes Mal k können wir gleich meinen Fakten für später hinstellen wenn wir mal hier den Berg runterweilen und wir sind auf Stufe 39. Schaffen wir das überhaupt von Leitern gesehen? Bin nicht blöd, das schaffen wir gar nicht. Schaffen wir gar nicht. Dann kommen wir nie wieder raus. Hey, yo, Digga, that's no joke. Oh, no, Digga, wir kommen hier schon raus, Digga. Wir nehmen die ganz schlauen. Wir sind die ganz schlauen Let's Player. Nach, na, schon 10 Minuten verrasselt im Nichts. Na, mein Bruder ist gerade da. Hallo, hallo. Ein junger Mann. Möchten Sie ihn kennenlernen? Dann schreiben Sie in die Kommentare. Also nicht wundern, er kriegt schon alleine, wenn ich rede, dann lach Krampf meistens. Oh, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wie wollen wir noch Diamanten finden, fragt er sich hoffentlich los. Ja, ich bin junger als ich und, ja, halt, ja, typische Bruder. Jetzt haben wir noch ein wenig an Leitern mehr. Ein wenig mehr an Leitern. Jetzt müssen wir hier locker rauskommen. Ich baue hier genau falsch an. Dann gehen wir nämlich hier rüber. So, zack, und zack. Dann geht es hier runter und dann geht es weiter mit der Suche nach Diamond. Bisher noch ohne Monster, noch mal checken. Bisher noch ohne großen Monster. Na gut, wir sind auch noch nicht richtig auf Hölle gestoßen. Verstehst du? Da ruppen wir, ähm, hier mal flottig eine Fackeln. Und dann geht es hier weiter runter bis auf Stufe 12. Also wir können jetzt nur hoffen, dass wir nicht auf einer Höhle treffen, die vollgepackt ist mit Zombies und anderen Monstern. Oder dass wir auf einer Höhle treffen, die vollgepackt ist mit Lava. Das wäre, wow, 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 lapis. Wo wir gerade von Hölle und so sprechen. Ah, Achtung, hier könnten auch sein lapis. Und wir sind sogar schon auf der Hölle zwölf. Und da ist schon Eisen. Meine Güte, da haben wir doch noch was geschafft. Ah, wozu gibt es den Gravel verdammt? Kommt, die Lava-Rupe. So, jetzt können wir dieses nervige Menü hier rausschalten. Und jetzt zerbröseln das und fließt gemütlich und knüppig zu uns. Und mit der Kohle, die wir haben, können wir das Ganze gleich einschmelzen. In den letzten paar Minuten. Ich mach' ich dieses Ding hier zu. Stattdessen aus mit ein wenig. Komfort à la Fackel. Oh, Redstone. Oh, Redstone. No, I'm going to beitzwurfen. Ah, erinnere ich, erinnere ich. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Also, das haben wir schon super hingekriegt. Ok Ok Nein da fehlt noch was Ok dann müssen wir jetzt noch bis raufkommen und wir machen es genau voll rum Schocken wir das jetzt noch Oh Gott Na komm da aber halt ein bisschen überlänglich du Macht ja auch nichts los ist das mit den Leitern und und Na Mensch haben es mal drüber wechseln das ist doch egal Sack da machen wir das hier ein bisschen sportlich das bügel mal ein später aus diese kleine Panner bis dahin haben wir unser Ziel soweit erreicht das wird auch noch ungeschoren das wird schon Glück was du hast du Ja Nick du kannst ruhig laut reden du bist diesmal offiziell dabei und nicht reingeschlichen Ja Ja Ok dann beenden wir dieses Letztplay mit einer schnummerigen Schnummernacht Gut 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 Untertitelung des ZDF, 2020